Der Kaiser Maximilian weiß, was er mir schuldig ist und ich werde meinen Profit daraus ziehen. Kaiser soll mir geben, was des Fuggers ist. Und wie willst du das anstellen? Du brechst es in dir zurück. Was hat dich so verblendet? Weißt du, was du getan hast? Was will ich mit der Weltmutter? Jakob betrachtet mich mit kaltem Blick. Du hast den reichsten Mann. Du bist dein Plan. Ein Herz aus Gold. Ich spüre dich. Ich bin der mächtigste Mann im Reich und ihr, der reichste Mann auf der Erde. Herz aus Gold. Komm, schlag für mich. Und ist die Zeit, die Gottlieb für mich zählt.